Super einfacher Tageslook, zeige ich dir, kriegst du auch hin. Du brauchst nicht immer die Produkte nehmen, die ich hier so einblende, sondern, ne, du kannst nehmen, was du gerade zu Hause hast. Wenn du zu Hause hast, ne BB-Creme oder ne getönte Tagescreme. Ich möchte ganz einfach bei mir nur meine Rötung einfach ein bisschen ausgleichen. Das muss nicht super deckend sein, was weiß ich, einfach so ein bisschen, ne, einheitliches Bild, ne. Das langt schon, dafür langt diese Dermasens bei mir komplett aus. In der T-Zone, T-Zone, Entschuldigung, üle ich immer unglaublich schnell nach und da finde ich es einfach schön. Ich mag Glow, ne, aber nicht in der T-Zone auf dem Rüssel, auf dem Stirn mag ich überhaupt nicht. Deshalb pudere ich mir das einfach ein bisschen ab. Bronzer kann man, muss man nicht nehmen. Ich finde aber schon, dass das ein bisschen Kontur, ein bisschen mehr Farbe gibt. Dann habe ich wirklich, ich habe wirklich so teure Paletten in meinem Schrank. Ich nehme für all days wirklich die günstigste Palette fast von Action. Nimm so einen kleinen Move-Ton, gehe einmal komplett übers Augenlid rüber, so ein bisschen über die Schlupflieder und am Ende ein bisschen dunkelbraun. Und gehe nochmal ein bisschen in die Lidfalte, über die Lidfalte und ich finde, das macht schon eine ganze Menge aus. Unten drunter, also am unteren Wimpernkranz, sage ich jetzt einfach mal, gehe ich einfach mit so einem 0815-braunen Kajal lang und fixiere mir das Ganze einfach mit dem pudrigen Braunton aus der günstigen Palette von Action. So hält es den ganzen Tag. Dann hell ich mir einfach noch den Augeninnenwinkel ein bisschen auf und jetzt vermisst du bestimmt das Augenbraun machen. Ja, habe ich gemacht, aber ich habe vergessen, die Kamera einzuschalten. Herzlich willkommen bei Mutti, so ist das hier, ne? Telescopic Mascara Live von L'Oreal. Super tolles Produkt. An der Kasse, ouch, ne? Tut weh, aber klasse. An der Kasse macht nicht ouch von Riva Lost Me die Cream Blush Palette. Lieb ich sehr, tolle Farben drin, mag ich. Macht eine schöne, frische Brustwarzencreme, haut dir den ganzen Tag eine tolle Lippenpflege drauf. So, nun kommst du. Ich finde schon, dass es was bringt mit ein bisschen Tüdelkram. Wenn dich das Ganze interessiert und du mehr sehen wirst, dann folg mir doch ganz einfach. Abonnier, Knopf drücken, tut nicht weh und ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal.